Hallo und willkommen zu einem neuen Part von Uncharted 2 Und wie in der letzten Folge noch gesagt, machen wir jetzt eine lustige Party in Pool Wow, statt springen weiter rein Hey, check it out! Marco! Wirklich? Na komm! Nein! Marco! Man eben nicht! Nur unprofessionell Nur un? Nur unprofessionell als keinen Spaß haben Ähm Ja, okay War doch eine bessere Idee Ich glaube, ich habe einen besseren Moment Arschbombe Yay Polo Geil Ich habe mal ein Trophäe freigeschaltet, nur weil man nochmal in den Pool springt Jetzt gleich jetzt nochmal Dann mal hoch gehen, aber diesmal nicht in den Pool springen Das war der Pool-Spaß gemacht So Hallo Saran Was gibt's Neues? Endlich Hm, hallo Muss ich irgendwo hin jetzt? So, da sind wir Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel Klar, hier gibt's ja auch nur zwei oder drei Die Nadel im Heuhaufen Vielleicht können wir... Oh, bingo Da ist er Das ist er? Ja, muss er sein Da, wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind War ja klar Nate, da hält sich Lazariewicz auf Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen Tja, das ist eben kein Wunschkonzert Ich wurde in Sektor 18 gesichtet Ah, Mist Wir sind nicht zufällig in Sektor 19 Statt durchkämmen, finden und aushalten Dieser verdammte Mistkerl Okay, verschwinden wir hier Na los, Nate, wir müssen weiter Er wird mir auch immer unsypatsch Ja, der Lazariewicz Okay Verdammt, wie zur Hölle sollen wir da rüber kommen? Ähm, gar nicht Oder So Verdammt, pass auf Nö, nö, mach ich nicht So ein Mist Guck da, mach ich nicht Ja, übertreib, Mann Geh schon Wir müssen ja Schauspielern Ich wünsche dich einfach so jagen Yay Mein Gott Ui, 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 ui Nein, andersrum, andersrum Ich werde euch erledigen So, erlauter mit dir Ja Okay Jetzt Schnell Noch hab ich die Chance Oh Alter, wo kommt der? Tschüss Kommen die einfach da aus dem Hintergrund gezogen, ey Äh, die Schrauber, wo sie Ui, 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 ui Hallo Hubschrauber Schön hier Bekanntschaft zu machen Ich glaube, ich kann mich nicht erwischen Hier durch Ja, genau Das wird immer besser Alles okay? Ja, alles okay Wie ist das wieder so aggressiv? Hö Verdammt Steck mich mal am Stuhl Okay, macht er seine eigenen Leute fertig Nein, mal weg mit dir Nein, 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 nein Wohl sehr gut, ne? Sonst würden wir es nicht so oft wollen Erstmal, ja genau, ein Teil tiefer Oh, 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 ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot Okay Oh, hey, du bist innerlich Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 女 called me Voll aggressiv Hubschrauber Wie geil Richtsum maybe Die sind Leute retten müssen Was nun? Nein, echt nicht. Alter, will das... Der macht das jetzt nicht kaputt, oder? Oh nein! Oh Gott! Das war mal eng. Zumindest waren wir in diesem höchsten Gebäude. Oh ja, war er eigentlich. Können wir weitermachen, ne? Der hier geht wirklich so. Haha. Na los. Wohl, so schlecht sieht es ja gar nicht aus, ne? Schicker Anstrich. Okay, die Decke müsste neu gemacht werden. Und das ist aber schön. Guck mal, die neuesten Öfen. Sogar zwei Mikrowellen. Aber hier möchte ich immer Ferien machen. Und guck mal, jeder kann reingucken. Ähm... Hier ist eine... Ah. Ach, da kommen die... Da kommen ja die Leute... Da haltet ihn im Auge. Tschüss, für euch. Es geht in zwei Leute, ne? Nicht einer. Putt, putt, putt. So. Okay. Eine Brücke, drücken, drücken. Ja, die Widerstandskämpfer haben sie gebaut, um über die Dächer zu kommen. So ein Glück. Da kommt's auch rüber. Gott. Äh, Hammerwerfer, der könnte gut sein. Du bist so riesig. Na dann los. Äh, nein, bin ich nicht. Ich versteck mich einfach. Okay, ihr seid da nicht gerade sehr, sehr wenig. Alter, das ist kein guter Schutz. Oh, eine Fanate. Überraschung. Noch eine. Ja, genau. Dann genau rein. Okay. Ah, jawohl. Einmal getroffen. Nochmal. Ah, verdammt. Ja, furchtend im Treffen. Nein, verdammt. Ich hab kein ordentliches Problem. Ich brauche Munition. Hm. Jawohl. Schön. Ich hab stehen. Das ist selten dämlich. Verdammte. Jawohl. Muss doch reichst haben, oder? Mein Gott. Da, Munition. Das finde ich war vorher ganz scharren. Au, 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 au. Er brennt schon. Noch ein paar Treffer. Er hat schon genug Treffer abgekommen eigentlich. So, das war's doch jetzt, ne? Alter, wie viel hältst du denn aus? Ich hab gar keine Munition mehr. Au, 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 au. Ja, Alter, wo kommst du denn her? So, einmal Munition sammeln. So, jetzt bleibt's nochmal stehen. Einmal, zweimal, zweimal. Ja, da fällt mir echt. Vielleicht mal einmal alles verballern, was man hat. Ah, dann ist mal drei daneben ballern. Nein, brauche ich nicht. Scheiße. Scheiße. Ja, klar. Scheiße. Jawohl. Doch nicht. Alter, beruhig dich doch mal. Was bekommst du denn her? Geh dich. Ach so, schau mal gegenüber. Wir sind richtig auf die Eier. Irgendwo ist nur die Munition da ja für. Da. Ich hab Munition bekommen. Nein, 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 nein. Jawohl. Jawohl. Geht doch. Wieso nicht gleich so? Das war's. Okay, lass die Brücke runter. Nö, nö. Okay. Wenn du das unbedingt willst. So, jetzt sicher auf die Munition. Ich brauche schon eine andere Waffe, bitte. Ähm, hallo. Ja, mit so ein bisschen komme ich nicht gerade weit, ne? Wow, eine volle Pistole. Ah, Lassica. Zumindest eine. Da, 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 da. So, weiter geht's. Aber wieder Munition. Läuft, guck mal, war es richtig gut auf einmal. Das sollte sich schon ein Film werden. Oh, ne, ja, 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 ja. Schaffe ich den Sprung, schaffe ich den Sprung. Ich springe auf einmal hier hin. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist. Du kannst doch lauter schreien, ne? So noch auffälliger. Hey, das Kabel. Jetzt bringen sie uns runter. Los, los. Okay, okay. Natürlich, wir bringen die ins Kapott. Bin unten. Tut das weh. Ich suche einen anderen Weg runter. Okay. Das ist ein Kabel, kannst du auch benutzen. So, damit sind wir wieder alleine. Okay. Nicht eingeparkt. Und das sogar noch mit... Mit den Flammen. Ja, ich möchte gerne, dass du da ranklettern. Ich muss doch dann vorbei, also... Danke. Als runterklettern, damit du hochkletterst. Das ist ja genau wie sie... Ah, okay. Das hat dann wohl... ein ganzes Haus hier abgerissen, wie es aussieht. Das wäre jetzt eine super Landung geworden. Dann geht's kurz weiter. Oh, hey, hey, nicht schießen! Hey! Nate? Was zum Teufel machst du denn hier? Elena! Jason! Was? Du kennst den Kerl? Ja. Das ist Drake. Oh. Sorry. Und? Was hast du mit diesem Chaos zu tun? Willst du die Tempel plündern? Das Museum ausräumen? Freut mich auch, dich zu sehen. Und ihr wollt hier sicher... nur die Welt retten, stimmt's? Wir sind einem flüchtigen Kriegsverbrecher auf der Spur. Zoran Lazarewitsch schon von ihm gehört? Macht das nicht die NATO? Die glauben, er ist tot. Durch einen Bombenangriff. Und ihr wollt jetzt das Gegenteil beweisen? Weißt du was? Der Kerl ist ein Monster, Nate. Ich meine, Folter, Verstümmlungen, Massenhinrichtungen und so weiter. Aber jetzt... Jetzt plant er etwas Neues. Aber warum hier? Warum die ganze Stadt verwüsten? Das ergibt alles keinen Sinn. Oh. Nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast etwas damit zu tun. Das ist lächerlich. Hier bist du, Nate. Ich hab sie abgehängt. Oh, oh, wow. Ist schon gut, Chloe. Das sind... Journalisten. Wir müssen weiter, wenn wir nicht wollen, dass Lazarewitsch uns einholt. Also... Oh man, Nate! Hey, hey, Moment. Keine voreiligen Schlüsse, Elena. Ähm, sorry, kennt ihr zwei euch etwa schon länger? Auch Elena Fischer. Vorjahresmodell. Haha, witzig. Ne. Nein, nein. Schön, dass du dich amüsierst. Naja, ich hätte dir noch nicht zugetraut, dass du aus solcher Mauerblümchen wie die da abfährst. Sie ist viel taffer, als sie aussieht, ehrlich. Hm. Oh. Oh, was? Du liebst sie noch. Oh, bitte. Tust du doch. Gib's euch zu. Eifersüchtig war's. Und wie, Casanova. Wir müssen jetzt weiter. Äh, warte. Äh, die zwei kommen mit. Das ist nicht dein Ernst. Absolut. Ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen. Wir halten uns nur auf. Und wenn sie uns erwischen... Chloe. Nate, wenn Lazarewitsch dich und mich zusammen sie... Ich werde sie nicht zurücklassen. Musst du denn immer den Helden spielen, verdammt! Nate! Du solltest lieber Prioritäten setzen. Ja, verstehe schon. Trotzdem kommen sie mit uns. Wir kommen schon klar, Nate. Danke. Denk lieber nochmal drüber nach. Mist. Lauft! Soviel dazu. Vorsicht! Und jetzt? Kommt eine Granate geflogen. Trifft ihr eine? Leider nicht. Auf den Acker nicht! Ja, schön. Fängt recht gut an. Aber schön, dass die Elena noch da ist. Auch wenn es ganz andere Umstände sind als vorher. Nein! Bin ich jetzt so schnell gestorben? So, wir kommen zurück. Die beiden sind jetzt neu hier. Äh, ich stehe hier scheiße. Oh! So, wir treten uns beide gleichzeitig. Ja, mach einfach einen Mega-Jump. Einmal für dich, einmal für dich. Schön. Ein guter Schuss für den Schreiberling. Ich bin im Training. Einfach weiter! Nö, nö. Erstmal Munition sammeln. Wofür ist das halt meine doch noch? Oh, genau das brauche ich. Hm? Ja. Ja. Moment, ich gucke mal kurz die andere Waffe. Die andere Waffe war ja auch eine von denen, ne? Oder? Jawohl. Helft mir mit der Tür. Ja, mach wie? Auf drei. Eins, zwei, drei. Ach, geschafft. Danke. Bitte. Okay. Wo? Hm, genau jetzt gerade, wo der reinsprechen wollte, war ich Pause. Okay, wie es aber weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!